Kein zweites Kürzel sorgt unter Sportfahrern für mehr Aufmerksamkeit als die Buchstabenkombination RS. Selbst im Kombisegment garantiert die kleine Zusatzbezeichnung regelmäßig große Aufmerksamkeit. Beim neuen Audi RS6 ist das nicht anders. Viel Laderaum trifft auf noch mehr Leistung. Auch Generation 3 setzt auf das altbewährte Rezept aus Neckarsulm. Acht Zylinder, Zylinderabschaltung, B-Turbo natürlich, 560 PS, 3,9 Sekunden von 0 auf 100 und das bei einem Verbrauch von zugelassenen 9,8 Litern. Das hätte man sich vor zehn Jahren in dieser Leistungskategorie nicht träumen lassen. Insofern zeigen wir, dass Höchstleistung auch mit effizienten Verbräuchen vereinbar ist und dafür stehen wir, Vorsprung durch Technik. Zwei Dynamikpakete lassen den RS6 jedoch wahlweise bis 280 oder 305 kmh rennen. Damit der schnelle Kombi nicht dauerhaft an der Tankstelle parkt, helfen Zylinderabschaltung und ein serienmäßiges Start-Stopp-System beim Spritsparen. Kleiner Wermutstropfen für Limousinen-Fans, den RS6 wird es wieder nur als Kombi geben.